Ich bin jetzt seit einer Stunde unterwegs mit der neuen Mietemma hier im Bodenseekreis und ich muss sagen, von Friedrichshafen nach Langenagen und wieder zurück, das macht richtig Spaß, das Ding zu fahren. Das ist spurtstark, man ist flott unterwegs im Verkehr und mittlerweile, ich hätte es gar nicht geglaubt, hat sogar die Heizung hier einiges an Temperatur ins Auto gebracht. Naja, das Manko ist, die Reichweitenanzeige geht immer weiter runter. Am Anfang stand da mal 84 Kilometer Reichweite, jetzt sind es gerade noch 43. So viel bin ich nicht in Wirklichkeit gefahren. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich buche das Ding mal wieder. Ciao!